Hallo und herzlich willkommen zurück zu Travel and Terrorist Town. Heute mit einer Spezialregel und zwar dürfen wir heute keine Namen nennen. Mit dabei ist der da in gelb. Hallo. Hallo. Der da mit R vorne. Der da der Kickstar. Gar nicht wahr. Der 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 nicht der da ist. Hi. Der da in blau. Der da der rückwärts. Was hast du jetzt gesagt? Der da in blau? Blau. Weißt du was ich sehr lustig finde, wenn wir unsere Folge aus der letzten Firma reinbringen würden. Der da in blau. Das funktioniert ja nicht. Also ich hab der da. Der da. Der da. Der da. Der da shoppt. Der shoppt. Der shoppt. Der ist weg. Einfach sagen, ich glaube der da ist ne Unterwäsche Marke auch. Ey. Ich glaube ja. Ich glaube Bela Keks ist es. Ich hab Bela Keks. Der da. Oh jemand hat einen ähm. Ein Friendship. Ein Friendship. Genau. Und da brennts auch in dem Turm. Oh jemand geht über eine Brücke. Ja ich auch. Oh jemand. Hallo. Oh komm er hat Saft. Hä? 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 Meine Waffe ist weg? Nee. Das hab ich jetzt gerade nicht bereit. Da kam jemand um die Ecke und ist gestorben. Hm. Nicht. Alter. Alter. Derjenige hat echt eine merkwürdige Regel gemacht. Also der da im Blau nicht auf dich schießt auf deinen Motor. Hör auf da. Runter. Runter. Ah. Runter. Okay. Ich bin da. Ich bin da wo ich hin muss. Okay. Gut. Also der da wo ich hin muss. Dir ist schon klar dass du da oben nicht mehr runter kommst ne? Der blaue Mensch lebt also. Oder? Oh. Der blaue Mensch ist glaube ich gerade gestorben. Okay das ist schlecht. Lebt jetzt nur noch der der mit mir redet? Hm. Und bei meinem Kollegen äh ne wenn ich da so mal tue. Wo? Wie liegt ein Defi? Hä? Ach ich hab kein Target mehr. Ich suche ja schon. Ganz hinten in der Ecke. Hinter dem kleinen Wassertang. Ach da. Micha. Dein Geld das hast du gut gemacht. Hm? Der dein Gelbnes hast du gut gemacht. Ja, hat mich gefreut, dass ich der da töten konnte. Den da bitte. Den da. So viel Abwechslung wollen wir ihm doch mal bringen. Der da und den da und die da. Die da ist verboten. Ich bin auch der da. Das da? Es ist die da. Der da, der nicht der da ist. Das da, genau. Das da ist perfekt. Wir sind alle das da. Das da. Das da, das da. Das da, das da. Das da. Das hat sich irgendwie ein bisschen beknackt an. Das da. Da, da, da. Der da. Der da. Der da. Der da. Der da. Wer raucht? Was? Der da blau raucht. Mögen sie das? Hier. Aber habt ihr es wahr? Da ist ein Niklas. Und der wird... Ich hab nen Namen gesehen. Ich hab da. Was ist da? Was ist da? Da ist n das da? Da ist n Röppling hoch. Das da muss sterben. Ja, ich muss sterben. Das da muss sterben. Das ist das die Strafe, wenn man nen Namen sagt, muss man sterben. Finde ich gut. In der Runde. Achso. Du musst ja n Suizid, ja. Du musst ja n Suizid, ja. Hat das da in blau? Hat das n Grappling? Ähm, ja. Das da beginnt jetzt Selbstmord. Wir. Das da war. Ja, das es ist ein Blow hat n Grappling. Alles klar. Hmmm. Ich flieg aufs Lagerdach. Hallo Dastrar. Hey der da. Der da. Dastrar 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 du da da. Hallo Dastrar. Ist der Regelverbrecher eigentlich jetzt tot? Dastrar wohin sniper Sie? Das Regelverbrecher hat self攻キas. Dastrar wo sniper Sie? Dastrar oder der da? Finde ich sehr fair von der Regelverbrecher. oder von das regelverbrecher nein okay wie gut dass die munitive immer neutral sind der dann gelb ist ja ich sehe da meinen namen in gold glänzend nein ich bin einfach bin eine rare der flutscht hat der da du rex gekauft für die da der da konnte dem da nicht mehr töten ich weiß dass das dass der ab dem da den da die bretter weggeschossen sie haben den da in gelb als target auf gott der selle sie haben den in gelb als target der vor mir der hat das du du da du hast ein messer angehabt warte hatte du da wenn du da ein messer gehabt hatte dann töten sie du da ich glaube ich weiß wer der da ist der der also ich höre aufzureden finde das war ein wertvoller weiter was sagen sie dazu die meiner schießt ein unschuldigen getötet haben die mussten jesus er hat ein namen oh ja er ist gestorben hallo also du hast gar kein so ding aber dann lassen wir wenigstens den okay ich will jetzt mal ganz kurz anmerken rebound exe ist ich knall niklas nicht mehr auf rebound exe lauf bei der reiche wobei ich hock da mit dem der da der da der da ist in Ordnung ist in Ordnung jetzt und und lauf wobei ich nimm hin leiche werf sie runter ich hab's gar nicht gesehen ich hab's gar nicht gesehen ich hab gar keine leiche gesehen ich hab gar keine leiche gesehen ich hab gar keine leiche gesehen alle laufen vorbei ich denk mir so was alle laufen vorbei Alter wer hat meine sniper gekauft was ich der pole der darf mich gleich umbringen der da der da hat mich als target der 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 da das war eine disco der da der da wollte mich umbringen warte der da der da geh nach oben ganz nach oben und ich bleib in der witte die Masse du da was machst du da mich entspannen der da mit R ist da hinten und zielt ach du bist oben okay ich hab nicht gesehen das hochgegangen okay darf ich einmal schlagen komm ja da mit Ernst oh ey hast du jetzt auf mich ernsthaft hat der da dich jetzt angegriffen Echse oh ich hab schon wieder einen Namen gesagt warum der hat mich angegriffen Aua ich bin behindert Bye Duster Bye Bye Duster Bye Duster Tschüss okay sorry aber du hä du hast dahinter seit ich gerade angeschossen wurde hä äh das da bringt sich sehr oft um äh tschüss okay komm oh war das da zufällig ein Detektiv das da war ein Detektiv oh das da war das der in blau boah hat die jemand schon mal Glühweinbonbons gegessen auch Grühweinbonbons oja ohOh ah das ist Außen grade oja 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 Ich kann nichts mehr kaufen auf mich weggeschossen auf mich weggeschossen auf mich weggeschossen ausweit raining dick growing ach hab ich irgendwie nicht auch das russische Parlament sind da Ah! Niemand! Nicht du da da unten! Echt? Da musst du dir sicher. Du, sag mal! Oh. Ich stürzte sich in den Kopf. Achso, du hast dich gehauen, okay. Nein, ich hab dich nur einmal angehauen und du killst mich. Du da einfach nicht! Für einen Schlag gibt es gleich 5 Schläge. Das ist beinahe gerecht von ihm. Ja, ich hab dich ja zu Tode gehauen, nicht getötet. Wow, der Unterschied ist so legendär. Legendär. Sagst du das vor Gericht dann auch? Ich hab dich ja zu Tode gehauen, nicht geschossen, das ist besser. Wartet, wartet, wartet. Ich habe... Dafür gibt es jetzt einen Button. It's gonna be legend. Wait for a second. Es ist ja nicht so, dass ich da... Da hat er seinen Namen gesagt. Der, der, der dessen Namen nicht genannt werden... Der, der dessen Namen nicht genannt werden... Der hier ist. Genau. Der, du da unten! Tut mir leid, du da unten. Das ist von dir jetzt nicht... Danke. Ich geh dann mal. Wir werden Autos nach mir geworfen. Duda, Duda! Kannst du meinen Koffer halten? Koffer? Wo ist denn der hin? Was für einen Koffer? Ein Remover? Können Sie mal bitte meinen Koffer halten. Wer ist Duda? Duda, der da am Bahnhof steht. Duda, der da am Bahnhof... Könnte ein Lied sein. Oh, nein. Ich muss mein Mauspad mal wieder richten. Ich schiebe nur Shotgun. Aber ich finde keine... Oh Gott. Er ist hier. Wer ist hier? Wer ist er? Er? Er ist wieder da. Aua, er schießt auf mich. Beim Haus, was kaputt gehen kann. Der wurde gesniped. Der wurde gesniped. Ja, ja, ja. Das war bestimmt er, der geschossen hat. Hey, auf mich wird geschossen. Ah! Ja, natürlich! Dann zieht jemand auf jemanden. Loll, Loll. Ey, ey! Ey! What the fuck? Duda, der da in den Türmen steht. Au, 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 au. Da geht's heiß her da drin, Duda. Danke. Das war nicht gerade schlau. Du, du Brennler. Ich hatte ganz genau gesehen, wie Duda... Junge, der an Flammen steht. ... aus dem anderen Duda geschossen hat. Ja gut, wenigstens hab ich den da noch umgebracht. Den da in Geld. Wenigstens hat er noch einen Headshot kassiert. Aber dann bin ich verbrannt. Ich hab schon geschossen. Nee, ich bin verbrannt. Ey! Du hast mir meine Waffen geklaut. Daddy, das! Du da! 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 Hier, du da! Oh, danke von dir. Drogen sind voll krass. Aber wenn ich ihn jetzt töte, wäre das von mir asozial. Das klingt alles irgendwie so falsch. Du asozial. Du da! Ey! Wie hallo! Der da! Du da! Das da! Der wird mich jetzt töten! Der du da! Der du da! Der du da! Der du da! Du da! Der du da! Ja, du da! Wirst du von den Blauen getötet werden? Nein, will ich nicht. Der grüppst nicht! So. Was? Wer ist nicht lieb zu blauen? Es wird dann gekrüppelt von Titel. Wer nicht lieb zu blauen Leuten ist? Du dein Blauen! Du dein Blauen! Du dein Blauen! Wer mit Ära nicht lieb zu blauen Leuten ist? Du dein Blauen! Du dein Blauen! Du! Nö, 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 nö! Panik! Ich glaube da ist jemand runtergesprungen. Panik! Ich glaube es war er, der das war nicht. der es nicht ertragen hat. Ich glaube, der konnte mich nicht mehr ertragen. Sie sind tot. Der konnte mich nicht mehr ertragen. Das tut mir jetzt sehr leid. Hier liegt Blut rum. Ist der da jetzt wirklich tot? Wie alt ist das? Ich weiß nicht. Noch ist keine Leiche da. Da ist eine Leiche, ich bin gleich auch tot, aber ist mir egal. Der da war enorm. Nein, schieß nicht. Oh, hallo. Du dein Blau, das ist nicht cool. Wie wurde er getötet? Ach so, das war der Selbstmord von ihm. Ja, er konnte mich nicht mehr ertragen. Er konnte mich nicht mehr ertragen. Ja, das würde ich verstehen. Ich könnte ihn auch nicht ertragen. Wer? Vorsicht, schein tote Menschen. Er konnte mich nicht mehr ertragen. Er ist runter. Der da shoppt übrigens, der da in gelb shoppt. Ja, dann shoppt er, weil ich... Stimmt, ich lauf gerade Wege gerade aus. Wenn du da mit wenig Leben ein Traitor bist. Das wär doch doof. Wer ist denn du da mit wenig Leben? Du da mit blau hat mich auf so wenig gebracht. Ja, das ist doof gelaufen. Der schein tut, der sollte töten werden gerade. Du bist gestolpert. Der da hier, der da der schon tot ist, ist meine Verteidigungsanlage hier. So. Er blockiert das Fenster. Mit all seinem, mit seinen Totenkörper. Ihhh. Ist ja ekelhaft. Er fängt die Schüsse ab. Er nennt sich nekrophilie, würde ich sagen. Er ist der Torwart, er ist der Torwart. Vielleicht ist er ja gar nicht Torwart, sondern Manuel Neuer. Der da blau leben sie noch. Der da blau leben sie noch. Ja. Der da blau leben sie noch. So, wir können ja Manuel in dieser Runde. Nein! Okay, du weißt ja. Kommst du wieder rein? Das wär sonst, äh... Oh. Dezent Regeln würde ich. Das war ein Labo. Okay, was geht da ab? Was geht da hinten ab? Das sind drei Leute. Der da mit R ist, glaub ich. Der da mit R ist es. Ich glaub der da mit R ist es. Was? Echt? Oh! Der da! Der da! Der nicht der da ist, ist es glaub ich, oder? Der da unten! Der, der nicht der da ist, ist es nicht. Ey! What the fuck? Alter! What the fuck? Alter! What the fuck? Alter! Wer hat jeden jetzt in den Munzer Kopf geschossen? Alter! Alter! Wieso geh die Ton in mich rein? Alter! Alter! Wer... Wolli! Warum schubst du mich wieder runter? Hallo! Das ist doch gefallen! Hallo! Hört ihr mich mal drauf, wenn jemand tot ist und in Flammen steht, wegen nem Molly oder wegen nem... Wegen Feuermagie. Nicht spectaten! Dann kriegen die anderen dadurch Damage. Ja. Das ist hart. Ist doch lustig. Das ist trotzdem unfair. Stell dir vor, du bist ein Schwenker und dann gibt's voll toten Schaden, weil er brennt. Du fehlerhafte Datei, Horst! Du drückst dir das dann! Ja, du da! Hier! Äh, Datei! Das war ja, glaube ich eigentlich! Oh! Du drückst mir ein Geheimnis! Du drückst mir ein Geheimnis! Wo war es mal? Da würd ich ja sagen... Drücken sie den Knopf! Drücken sie den Knopf! Typ in blau! Drücken sie den Knopf! Typ in blau! Drücken sie den Knopf! Na ja! Ich bin gleich tot, aber das ist mir egal! Wenigstens gibt es auch einen Unterschied zwischen Typ in blau und Typ der blau ist! Ja! Und Schlumpf! Und Schlumpf! Geh weg! Ja! Und strecken! Okay! Ich liebe ja diese Schlümpfe von Harry Brunner. Ja! Kaffee Brunner? Kaffee Brunnen? Nein! Ein Böhnchen! So! Du Dein Blauen wehren Sie sich! Du Dein Blauen wehren Sie sich! Moment, ich hab das überlebt! Was ist er jetzt überlebt? Ich kette dich! Äh, der Dete ist tot! Du Dein Blauen wehren Sie sich! Moment, ich hab das überlebt! Moment, ich hab das überlebt! Ja, ich würd sagen, der Dete hat sich mal gerade ein bisschen... Hey! Der ist der! 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 Oh! Ich glaube, er ist es! Er ist es! Oh! Eieiei! Jetzt muss er aber langsam mal tot sein! Ne, hier ist er irgendwo! Ja! Hat er noch irgendwas? Ne, er ist komplett nutzlos! Wo ist denn hier die Party? Äh... Da, da drin da! Bei den End Towers! Ah! Gefunden! Oh! Was war jetzt da? Alter! Das da! Das war nicht gut bei dir! Trag was mir jetzt, hast du jetzt auch 13 HP? Nein! Ich habe 15! Oha! Das sind... Admin... Fähigkeiten! Na komm! Klapp da los! Mein Tier! Warum denn nicht? Was? Siehst du da durch? Da! Alter! Da steht die da! Also ich hätte gerade keine Codenamen verwenden, weil das irgendwie den Sinn von keine Namen nennen, zerstört. Ja gut! So bisschen! So eigentlich so komplett! Wir machen aber irgendwann machen wir mal mit Codenamen oder so! Können wir gerne irgendwann mal machen! Oder nö! Wer auf die Eier, da ist da! Ich da? Du das da! Ich da! Ich da! Ich da! Ich da! Ich da! Da ist da! Du da! Ist da... Ist da Mexikaner! Okay! Dichter Mexikaner! Ist da! Ist der so dicht? Sind Mexikaner das nicht immer? Nee, ist er! Ist nicht bei der Eier! Nein, da ist ein Dichter! Oh, ein Dichter! Immer mit der Dickela! Menno ist doch wieder Eno! Menno Wien! Fröhlich! Menno Wien ist schon wieder Eno! Ja, denks da! Ich soll sogar froh sein, dass ich nicht blau bin! Da ist blau! Ich dachte, das bist du von Geburt aus! Dahinten ein blau! Da hinten ein blau! Es ist doch erster Advent, wir können doch eigentlich singen. Ich frag mal, da kenn ich den Text leider nicht. Wir haben was vergessen. Wie kommt denn das bei dir so raus? Nächsten Advent. Oder Ostern? Nächsten Advent kommt das raus. Du darfst auch gerne aus dem Jenseits sprechen. Von einem Einzelton wird auf mich gesnipert. Okay. Ah, das hatte ich doch schlimm, wenn er auf dich schnipert. Ich bin gerade zum Einzelton gekommen, hier liegt eine Leiche hier unten. Inze Party? Inze Party. Yeah! Nein, nicht runtergefallen. Pass auf, ich glaube, wir schlagen uns dabei. Okay, warte. Ich traue mich jetzt gerade nicht hier hoch zu gehen, aber ich habe gerade eine Leiche hoch. Hier ist noch eine Inze. Kommen Sie gerade? Ich hab sie. Ich hab sie. Kommen Sie mit? Ich hab sie mit, ich hab sie mit. Hinserad. So alt. Let's raid. Tut mir leid. 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 Ja gut, er kann sich nicht mehr umbringen. Ahhhhhhhh. Ich bin auch nur Mensch. Ich glaube, du da kannst das jetzt an mir machen. Nein, das bringt jetzt nichts mehr. Doch, ich kann einfach auf sie zulaufen. Das sieht auch lustig aus. Nein, das bringt nichts. Okay, dann muss ich mich halt noch voll kaufen. Ach komm ey, da sieht man nur eh nix. Warte, 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 wir werfen die gleichzeitig. Ja, warte! Da habe ich eine Snip-Tan rum. Uuuu, Feuerwerk! Das war gerade ein wundervolles Titan. Wann war weißt du noch? Obwohl ich mit genau dem, den ich runtergesprungen bin hatte. Wie? Guck dir mal die Täterleiche an, wie die hängt da? Wann war krass? Das war echt ein Fail. Kannst du dich dran erinnern, wo ich... Ja, vielleicht. Der ist kein Wundervoll. Ah, ich weiß, dass du weinst. Das war alles da so drin, die Sterne und so. Scheiße, musst du da und sein. Ja, ja, ja. Hast du meinen Namen nicht? Ja, doch. Wie sagst du? Hast du keinen Namen gesehen? Doch. Soll ich bitte, Crap? Oh nein. Er da. Jetzt ein Pfeffer. Boah, jetzt ein Pfeffer? Ne, darauf habe ich keinen Hunger. Was ist der da? Wer ist der da? Wer ist der da? Wer ist der da? Jetzt ein Pfeffer. Kuchen wäre mal geil. Ey, soll ich in deinem Brot schießen? Typ in blau, das ist jetzt nur eine Rache. Rache? Wer ist der? Ey, wieso schießen sie da? Wieso schießen sie? Hallo! Um meinen Freund zu rächen. Random! 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 Ah! 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 Ich habe nichts verbrochen! Ah! Ich kann leider nichts machen! Ah! 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 muss man nachfragen ein bisschen ich schieße auf dich aber ist okay ich schieße auch der da im turm schießt nicht mehr wer da auf großen turm lebt doch welcher große turm ich stehe oder meinst du damit setz wort schießt nächste lichter wieder also die leiche ich weiß nicht ob das jetzt schlimm war ja war nicht schlimm er ist amt leiche in den tod gesprungen moment mal da lebt ja noch wer lebt noch ich hab das da ich hab das da ist ja dann könnt ihr beide bumm bumm machen was ich hast du da in blau du da in radar du da nein habe ich nicht das funktioniert ok ja jetzt war ich dann nicht weiß wo die da ist da unten drinnen in dem weißen häuschen ich hatte ja eigentlich gehofft dass der traiter den anderen traiter wiederbelebt ja du da ist da da ist das das da ist auf dem braunen gebäude da ich hab das da in blau so nicht das da hat ein dead ringer ich weiß gut ich sehe das da nicht aua das da ist da unten das war keine gute idee wie genau bist du da eigentlich mit dem gepäckwagen aufs gedacht aufs dach gekommen du musst das drunter legen und dann kommt das drunter und im moment wo lieber gerade abdrücken wollte hast du noch kreuz gemacht und da hat er sich so glaube ich gedacht moment mal da lebt ihr doch noch her ich hatte vorhin schon zwei leute gehört gehabt von daher war es noch in frage ach ich hab das ganze nochmal mein schlafen war nicht geschossen ne klasse was meinst du wohl warum ich gesagt habe ich kann gegen den anderen bei dem einen traiter grad nichts machen ich hab den feld gekauft äh du da warum hast du grad überhaupt noch mich geschossen ich warum hast du mich überhaupt erschossen was ist das denn gerade für die stimme das war eine rache dass du jemand anderen angeschossen hast das war sehr böse äh ich habe niemanden angeschossen ich habe lediglich versucht ihm Headshot zu geben aber habe ihn nicht bekommen null damage ah dann würde ich das vielleicht nochmal lernen mit den Headshots er hat sich er hat sich in dem Moment bewegt sagen wir so ja auf bewegende Ziele schießen ist doch sowieso ganz simpel ne er stand rum und hat sich in dem Moment deck bewegt das war das Problem ja und der Typ da im Turm der da rum geschossen hat der tat mir dann leid ja ich weiß der da schon wieder im Turm rumsteht mit seinem Mensch der da wird sterben mit dem West da fliegt jemand mit dem West da fliegt jemand mit dem West der ist angeschossen Hex Hex alles Hex 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 Hexler Detektiv Was Könnt ihr der Detektiv mal reden Der Detektiv ich sehe ihn nicht der ist halt schweigsam bestimmt vielleicht heißt der ja Matthias Schweighöfer Oh mein Gott Ah war der Lust Oh mein Gott Dete redest du mit uns? Äh nö Oh ok Du deinen Turm da auf Was schießt du da? Was soll ich denn reden? Äh uns vielleicht mal sagen warum du ob auf dich geschossen wurde im Turm Äh das weiß ich doch nicht Ich weiß ja nicht unten links steht so ne Zahl Das könnte dir etwas bringen Äh ich habe äh geschossen Ja in die Luft Ich hab Fensterscheiben der Hände erschossen Ok Ich dachte du hättest den da erschossen Ich dachte du hättest den da erschossen Da wo der da jetzt unten steht Was? Da schieß jetzt mit der Diegel hin Wenn ich treffe mit der Diegel ist das Jackpot ne Jackpot ne Jackpot ne Jackpot ne Der da auf dem Turm da ist einfach beschießen da Oder Pech für den der getroffen wurde Der da auf dem Turm schießt auf mich Der da auf dem World Trade Center Turm Oder welchem Turm Der da auf dem Turm der glaube ich jetzt tot ist Ah Auf welchem Turm? Auf dem Turm ganz links da hinten Der da müsste Links Ganz hinten Der mit den vielen Fenstern What the fuck Der mit den vielen Fenstern Ey ich stand direkt neben mir und bin nicht weggeflogen Warte mal das muss der da mit R gewesen sein oder? Der da war das doch oder der verfolgt mich jetzt Ich hab der jetzt ist 100 pro Der die auch geworfen Der schießt Okay Okay Kann einer zu dem Turm da hinten gehen? Ich glaub der da mit R ist es Für mich nicht Das ist toll Aber direkt neben mir stand äh Der da der runtergefallen ist Der da in Blau Der da in Blau Der da in Blau passen Sie auf Ich glaub der da neben mir steht Nein der da in Blau gehen Sie zu dem Turm mit den ganz vielen Fenstern Dann liegt glaube ich n' Dota ab Der da mit R war es glaube ich nicht Okay ich hab nicht gesagt dass die töten sollen Sie haben gedacht ich hab ihn ver... Da Der hat dein Kind Der da Der da Der da Der da in Blau was machen Sie? Oh man Aber das ist da ein Frixel Der da in Blau Wo ist die raus? Penner Der da Wow Ist die Taube Ja jetzt letzte Runde okay Die Taube war schön Ratulierung Der da mit der mittlerweile hat sie der da mit her getötet so viel glück ich glaube der da in blau aus der letzten runde hat 1 2 kleine fehlerchen gemacht ist das nicht ein endgegner bei beinung auf weiter ja damit er nein heute nicht aber nur vom zweiter das erdliche Prozent der Führer das erdliche der Dinger der Leerler auf der Lern gespielt hat er immer nicht getötet ist er aber in beiden Türen er hat sie immer getötet Hansi und getötet wenn er kommt aus der Flüchtlinge ja das ist aus die dauernd auf der Sparte in der Barriere der Saarer ab jetzt da ein paar Jahre herab in der Zeit Das da ist tot. Das da ist tot. Der da ist bei mir. Der da... Der komische da ist hier. Ja, der komische ist wirklich bei mir. Ey, ich hab den, der jetzt getötet hat. Der da... Der da rückwärts. Und von der da er erschossen. Also hab ich der da er jetzt erschossen. Der da rückwärts, der da er? Du hast die Regel nicht eingehalten. Der da rückwärts, der da er. Ich hab den jetzt erschossen. Tut mir leid. Machen wir hier eigentlich auch die Kunst-Epoche Der da riss muss. Der da riss muss. Deine Witze werden einfach nicht besser. Der da riss muss. Ich fand den gut. Okay. Ich nicht so. War Geschmackssache. Kann der eine bitte reden? Der da, was da? Okay. Kann der andere bitte reden? Und kann der dritte bitte reden? Ich glaub der andere ist gerade gestorben. Ich glaube der, die drei leben noch. Also kann ich nicht genau wissen. Der eine kann sich mit dem anderen duellieren. Weil der eine weiß ja, dass er Inno ist. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Wenn ich das wissen, dann ja. Ja, aber der... Weiß der andere denn, wo der eine ist? Nein, aber der, der Inno von denen ist, kann auf die anderen beiden Innos, sag ich mal, schießen. Ist jetzt einfach mal mein... Gut, wenn ich weiß, wo der andere ist, dann kann ich gern auf den schießen, wie gesagt. Aber ich weiß ja nicht, wo der ist. Nein, ich aber nicht. Vielleicht. Aber der definitiv noch. Hat der dann blau einen Radar? Also haben sie ja einen Radar? Ja. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Weil ich nicht genau weiß, ob du da wirklich der echte Inno bist. Ja, sie wissen es nicht deswegen. Aber trotzdem, es kann ja theoretisch was bringen. Ich, ich rat' dir nur dazu. Ja, für mich. Aber ich, äh, kann daraus ja keinen... Na toll. Keinen praktischen Nutzen erzielen. Nein. Ah, nein! Jetzt ein Hucksteig. Boah, jetzt ein Hucksteig. Modi! Alter, wie ihr mich direkt gefunden habt. Ab, Modi! Yo, ich würd sagen, ciao und bis zum nächsten Mal mit den Leuten hier. Bitte ein Hucksteig. Tschüss! Tschüss!